Kennt ihr diese Vibes, bei denen ihr euch gar nichts vornehmt, nichts erreichen wollt, sondern einfach ein bisschen spielen? Ja, es sind die Vibes, die meistens am besten loben. Und damit auch ein Hallo, Servus und Willkommen zu diesem kleinen Rust-Abenteuer. Dies ist ein ungeplantes Video. Ich hatte eigentlich nicht vor, was aufzunehmen. Ich wollte einfach mit Phil und Evi ein bisschen zocken. Doch dieser Vibe war anders. Dieser Vibe war überraschend schnell. Und dieser Vibe hatte alles, was ein guter Rust-Vibe braucht. Aber gut, beginnen wir mit den Anfängen. Ich und Phil jointen also den Server. Relativ früh. Wir wollten ein bisschen Progress machen und ganz entspannt vorankommen. Diesen Teil skippe ich auch überwiegend. Denn es passierte nichts außer Gemöhnliches. Wir kauften uns eine Silent Outpost, Wir bauten unsere Base fertig und grindeten noch etwas BPs. Alles in allem ein recht ruhiger Start. Wir wollten den Vibe eigentlich schon fast quitten, weil wir dachten, hm, es ist doch irgendwie nichts los. Gott sei Dank taten wir das nicht. Denn was danach auf uns zukam, übertraf alles. Ich geh da jetzt runter, die machen mit Pfeifen. Komm Evi, lass das rocken. Die unten bei Mrs. Silo, die haben bestimmt Karten. AK, AK bei Mrs. Silo. Jetzt wird's spannend. Unten, der... Er hat den anderen. Das sind... Ah, er fightet mit einem. Warte mal, den kann man sich anschleichen, den vielleicht auch. Das HLMG. Das ist mir keine Ecke. Er ist hier. Kommt raus. Wo genau? Er ist hier in dem Raum drin. Scheiße, jetzt stehe ich. Scheiße. Ich bin oben am Berg. Er hat Tür wieder zugemacht. Er ist drin in dem Haus. Und einer muss irgendwo mit Tommy außenrum gucken. Den mit der Tommy sehe ich nicht. Das HLMG war Double Hit. Dann hat er die Tür wieder zugemacht. Das war jetzt dumm. Der Bot geht da gleich gerade rein. Ah, ich seh die Tommy 160 am Baum. Er kommt grad rein. Von 160. Ja, und dann ist noch das HLMG in dem Gebäude. Er ist jetzt... Er läuft jetzt auch in das Gebäude. Er croucht in das Gebäude rein. Hä? Das sind zwei. Einer Full Dead. Ja, Rufus Full Dead. Hast du den anderen? Ja, ich auch. Ich auch den außen. Ja. Nee, den am Dach. Ich hatte den am Dach. Mit Hasi. Ich hatte den links unten. Da ist einer rumgecroucht. Dann fehlt aber noch das HLMG. Der hat Full Kid. Der hat Full Kid. Weil die sind da schon hingecroucht. Ja, ja. Der sitzt da drin. 100 pro. Oder haben die den gekillt? Die sind rumgecroucht. Ich glaub nicht, dass sie den gekillt haben. Ja, ja. Ey mal hier rein. Er war hier drin. Eine kommt von hinten. Hinter dir. Hat einen Hit. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich glaub, er ist... Ich hab ihn gesehen. Nein. Ah, der mit dem HLMG ist noch drin. Ab Tommy. Ja. Pass auf, unter mir in dem Haus. Unter mir in dem Haus ist einer. Ja, ja, ja. Alles gut. Oh Gott, da liegt eine Ecke. Rechts von dir im Eck ist ein Spieler. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Was, Ivi? Ja. Einer ist mit dem Pferd gekommen von Südwesten. Ich hau ab. Du musst mir Deckung geben. Hier im Haus. Von dem musst du mich treffen. Ja, ja, ja. Warte, warte. Rechts ist ein Pferd hingeritten. Ich seh ihn. Das ist ein AK, glaub ich. Ich muss gehen. Lauf. Hesse kommt von hinten. Lauf. Hab ich nochmal Hit? Ich hab vier AK... Äh, eine AK, drei Tommys. Und es ist da. Ich hau ab. Oh, jetzt hab ich gelegt. Tom. Mein letzter Schuss. Ich hab gelegt. Du musst dich beeilen. Der Hesse hat mir gerade alles ein. Ja, ich beeil mich schon. Da fehlt doch auch noch das HLMG, oder? Da ist der Hesse. Diehst du? Ein Held? Hüttel hielt dir einfach hin. Dead. Sehr gut. Da liegen zwei Hesse. Pass auf, da ist ein Neger. Ja, ich geh hin. Ich geh hin. Wie viel hunderttausend Strahlung bekommt man hier? Auf MP5. Oh mein Gott, hier liegen ja noch so die guten Kids. Tommy und mir bin der. Fuck! Er chillt da noch. Ich glaub, der ist auch noch da. Der ist noch da. Er ist noch drin. Im Gebäude. Im Gebäude. Hier bei mir. Schon die ganze Zeit. Er kämpft da drin. Er muss irgendwas Tolles haben. Okay, bei mir ist noch einer. Drin im Gebäude. Warte, warte, warte. Der hat mein Kitz. Er sitzt da drin und campt. Er traut sich nicht raus. Habt ihr Saar wieder? Wow. Warst du das? Was? No way, ich bin dead. Über dir ist da einer gewesen. Pass auf. Ja. Er ist immer noch hier drin. Hab ich einen Headshot. Hey, wie viel... Er ist draußen. Naked, dead. Hat gute Heats? Er ist tot. Er hat alles. Loot und weg. Habt ihr gerade ein Team gewalt? Mehr als eins. Keine Ahnung. Evi, looten und weg. Hier liegt alles. Mein Body liegt auch noch hier. Aim du mal die Türen ab und ich loot. Ja. Ne, ich hab auch noch Platz. Outen, Tommy. Nehmt ihr die Rüstung mit. Ja, let's go. Passt schon, passt schon. Hier ist ein Full-Heat. Ein Full, ja. Evi, komm mal rein. Mach mal hier oben in die Kiste, was du hast. Nice. Aber der Fight war noch lange nicht vorbei. Ja. So. Has he dead? Oh, oh, das ist noch ein HLMG. Das überlebe ich nicht. Das würde ich haben. Ich liebe diese Knallzone. Ich bin zu One-Shot. Ich bin dead. Ich bin dead. Ja, wir kommen. Er wird mich looten, komm. Er war gegenüber. Gegenüber am Berg. Gegenüber am Berg. Ich hab meinen Body. Ah, er kommt, er kommt. Viel. Oder ist ein Naked? Sorry, von 120. Ich geh runter, würde ich sagen. Wenn ihr oben bleibt, könnt ihr's halten. Ich sehe keinen. Weil da unten ist noch der Hässe. Der war bestimmt beim Restlein sammeln. Schießt. Du? AK, behind me. Zwei Kids, zwei Kids. AK, behind us. Und bald. Jo. Ah, er ist so weit getrippelt. Okay, ich muss raus aus dem Tal. Zwischen uns beiden. Ja, er läuft. Er ist direkt neben dir. Bibi. Habe ein. Nice. Wo ist das zweite Kid? Aber ein zweites Kid war auch noch, oder? Ja, zweites. Hier bei mir. Los. Tommy. Habe ein Double-Head-Shot-Dead. Nice. Nice, 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 nice. Wieder Voll-Kid. Ja. Wollt ihr von oben, oder wollt ihr runter? Ich würde runter gehen. Ah, der wird gerade vor Brot angespielt. Das sind zwei. Keiner, das? Nice. Zweiter Headshot-Head ist auch das. Nice, starkes Spiel. Ich gehe für Bodies. Homi. Da kommt noch ein Star, hast du gehört? Ne, das ist ein Pfeifen. Pfeifen kommt nicht. Pass mal an Augen. Ist einer voll? Ich muss den anderen noch looten. Ja, meiner ist cool. Ich glaube, es war der Mini. Was ist ein Naked? Naked mit der Knarre war der. Ich glaube, es ist ein Hazy-Baiter. Der hat auf jeden Fall eine Knabe. Und er war full live. Fällt mir zu Hause, mein Kommt. Ja, habe ihn. War ein Baiter. Mensch, Jungs. Ja, ja, wir haben die Zungen. Der Mini kommt wieder. Oh mein Gott. Ich bin zu. Ja, ich bin gleich so gefickt. Du musst ganz schön auf den Strom passen. So, wie würde ihn zukommen? Er ist gelandet. Was? Einer Double-Hit. Es sind drei. Einer Headshot, einer dead. Okay, ich bin absolut gefickt. Du müsstest links circlen. Ja, und erinnert mich ab. Oh, ja, erinnert mich links gecircelt. Bin schon dead. Schwaggi. Schwaggi. Nee, ist vorbei. Können wir nichts mehr holen. Gehen wieder ab. Danke für das Lied, mein Süß. Take me. Was ist da einer? Weiß hier den Mini. Und so lernten wir die erste gegnerische Gruppe kennen. Ich empfand sie als ziemlich toxisch. Denn sie gewannen ein 3 vs. 1 an ihrer Base. Und dann solche Sprüche zu klopfen, fand ich ein bisschen übertrieben. Noch dazu starb einer von ihnen. Das ließ mir nicht lange auf uns sitzen. Also equippen wir uns und gingen diesmal zu dritt rüber. Einfach mal schauen, wie es ist, wenn die Spieleranzahl gleich ist. Du bist scheiße aufzuschießen. Der Mini von dem steht halt draußen. Kommst du nicht hin, da hast du ein Turret. Er steckt wieder rein. Er fliegt, er steht wieder rein. Ich habe einen Null getroffen. Ja. Ah ja, das wurde bei uns. Er kommt raus. Warte mal, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Direkte Direktion. Eigentlich mal. Es sind zwei. Ein Headshot-Hit. Ich muss jetzt schießen. Einer fast dead, wenn nicht sogar dead. Einer Triple-Hit, vierfach-Hit, einer dead. Einer dead. Ich gehe pushen. Openfield. Ich gehe pushen. Ich habe fast keine Heel mehr. Einer kommt links mit dem Pferd. Ich weiß nicht, ob er naked ist oder was. Wir haben keine Muni mehr. Ich habe noch 15 Schuss. Siehst du ihn hier? Er kommt, er kommt, er ist der Base naked. Ich treffe ihn nicht. Ich glaube, die sind beide dead. Nee, der naked ist noch, komm. Der wird zum Body. Hab ihn dead? Hast du den Body? Nein, ich habe ihn nicht mal gesehen, wo er war. Ich hole ihn. Ah, vor mir, AK ist da. Ich hole ihn. Ich bin dead. AK dead. Sehr gut. Ich spawne rein. Ich gehe zu meinem Body. Ich schnapp dir die Ecke. Sag mal, hey, den Ballermann. Okay. Ich glaube, ein paar haben Timer. Ist turist, ist turist, ist turist. Ich habe noch einen Backdod. Ey, Leute, ich bin fast dead, ich habe noch zwei Schuss. Ich komme auch mal, ich bin gerade auf dem Hut. Wieder ein Hazy Bait, wie sie dieser Mob 14. Aber er hat Spitzen gebracht, nice. Hast du meinen Body mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Okay, dann gehe ich vorbei. Du bist der Hazy da zwischen den Bäumen, ne? Aber da kommt ein Hazy von hinten. Zwei Hits, drei Hits. Der schwarze Kipp müsste auch noch irgendwo liegen, oder? Ja, ja, ja. Ich finde, er ist... Ich finde, er ist... Ja, das ist gut. Der ist dead, ne? Lauf in meinen Richtung, Sven? Ja, ich glaube, du bist gut. Noch, 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 noch. Ja, du läufst direkt drauf zu. Ich sehe ihn. Ah, doch, habe ihn. Take me. Boah, ich muss dann dazu. Nein, hat der auch eine Ake gehabt? Ja, ich glaube schon, aber ich habe die Ake noch nicht. Aber es ist das Kipp angezogen. Ist er weggekrochen? Nee. Ich finde die Ake nicht. Ja, der 100-Pro-Ane-Ake. Ja, hab's. Hab's. Und ja, ich weiß. Eigentlich soll man nicht so sein. Und ich bin sie auch eigentlich nicht. Hey, Jungs. Danke für die Kids. Hehehehe. Okay, ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, das Ganze zusammenzufassen. Wir jointen also den Server, bauten unsere Starter, crafteten uns unsere ersten Sars und seitdem ging es nur noch bergauf. Wir snowballten uns AKs, Kits und unsere Kisten quollen förmlich über. Und das ein paar Stunden im Wipe. Das bauten wir auch weiter aus. Allerdings wurde es jetzt etwas ruhiger. Klar gab es hier und dort PvP, aber keine wirklich großen Fights. Das alles machte uns ultra loaded. Jetzt wollten wir uns einen Mini holen. Und den natürlich von unseren guten alten Freunden. Ist nicht broken. Wieso ist das nicht broke? Bist daneben geworden? Hinter dir? Make it. Make it. Das Ding hat noch 62 AP. Let's go. Ich werde sterben. Wie war es denn? Wie viel Fuel? Klicke einfach ein Stück weg. Das reicht schon. 12. Klicke einfach Richtung Fill da oben. Richtung Berg. Nun, da wir den Heli hatten, wollten wir unbedingt auf Eurig. Mini-Crasht? Ich gehe. Scrap farm. Okay. Jetzt kauften wir einen Heli. Dann wollten wir unbedingt auf Eurig. Slogan. Bots sind tot. Bots sind tot. Ja. Oh. AK-Pulky dann der Base. Oh. Vielleicht bin ich erschrocken. Oh, Mann. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Ey, ey. Meiner dead. Nice. Gut gespielt. Ich muss man. Er war wahrscheinlich gerade Loot-Depone unten am Boot. Ich glaube, er ist sogar Solo. Und hat einen rumgesneakt. Ja. Der ist full. Der hat Karten. Der hat Leute gekillt hier. Der hat gecountert. Junge. Ja, die macht ein Auer. Ich dachte, das wäre eine Spass- und eine M2. Dann hätte ich es vielleicht noch gekriegt. Ander gekriegt. Boot. Ich bin auch ausgetappt. Er ist schon drauf. Alles gut. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot. Wo hin? Als Solo? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe einen noch an der Leiter erwischt. Ich gehe runter. Roll ins Leben. Ich gehe leider. Ich habe leider. Und machst du Beine brechen? Ah ja. Einer hat sich gekillt. Ja, ich habe meine Beine gebrochen. Einer AK. AK. Unten auf dem Steg. Ich bin dead. Halt, halt, halt. Bleib, bleib. Puscht da? Siehst du? Ja. Ja, er ist da. Er kommt langsam. Hat hit. Ich bin low. Ich muss hin. Wenn mich gut geht. Boah, easy face, Jim. Hast ihn. Na ja. Goodbye, mein Lover. Und, und, und. Was sagst du? Ich bin lieb. Ich bin lieb. Ich sag AK. Ich bin sehr viel. Ist sogar echt okay eigentlich. Die Kray ist gut. Ein Motor, zwei Facemask. Jetzt ging der Vibe schon langsam mit dem Ende hingegen. Uns fehlte eigentlich nur noch Boom. Dann hatten wir so gut wie alles erledigt. Unsere Kisten waren voll. Mehr wie voll. Wir konnten uns in Kitz wälzen. Unsere Waffenkiste explodierte. Nun ging Phil ein paar Stunden auf. Jetzt waren es nur ich und Evie. Und die nächste Action sollte nicht lange auf sich warten lassen. Unten im Tal. Wo? Die Regen. Schatz, die Regen, die Base unten. Welche Base? Ja, die im Tal. Okay, I'm coming. Ich bring AK. Nein, ich muss ablegen. Ich bin voll mit Farm. Aber die gehen top down. Ja, wir müssen uns ballen. Scheiße, Granaten, wenn jetzt der shit. Einer kommt hoch. Hab gejoked. Oh, Schatz, was war das? Voll daneben. Ja. Ich dachte, ich kriege ihn. Der zweite Peak. Daneben ist er auch dabei. Einer unten. Triple dead. Der zweite Peak ist triple dead. Nur noch der innen. Ja, sein AK ist broke. Deswegen. Headshot? Maybe dead? Wie so'n Wüstenhäsi. Weiß nicht, der ist jetzt da irgendwo. Jetzt ist er dead, hab ihn. Komm. Ist tot. Wir haben's. Okay. Was haben die hier gemacht? Was haben die hier gemacht? Was haben die hier gemacht? Ja. Oh, ich bin da runtergefangen. Warte, bleib du oben. Bleib du oben. Ja. Ich mach schon diesen einen Raum hier auf. Ja, hier ist ne Row of Metal. Weiter kommen wir nicht. Ja, ist doch gut. Okay. Ja, kannst du rauslooten. Ich bin ran voll. He's down. He's down. He's down. Eine Krad ist aus. Ja. Komm. Komm, wo wir gehen. Diff, hier ist auch eine aus. Diff, hier ist auch eine aus. Diff, hier ist auch eine. Nein, nein. Komm, hier ist Diff, hier ist auch eine aus. Misten ist eine aus, ja. Gib ihm. Äh, ein Apex. Brauchschönen. Und hier ist auch eine aus. Him too? Oh, wow. Achtervisier. Und Bullty. Hm, naja. Ja. Ist doch okay. Nicht der Beste. Sven. Sven kommt. Ich hab die Entscheidung abgenommen. Wir gehen jetzt Raid-Counter. Rocket-AKs. Direkt auf mich, H3. Komm ran, das sind mindestens zwei Launcher. Sind die schon da? Jaja. Perfekt. Die machen Top Down. Ach, das Ding! Ja. Die haben L9, da muss aufpassen. Falls es die sind. Ja, wir müssen glaube ich den Mini senden. Lass den Mini senden. Die boomen da ja Vollgas rein. Die werden einfach abjumpen. Ja. Ah, ready? Ja, immer. Let's go. Oh, ich bin der. Sorry, ich hab dich gated. Ich hab Mad-Gate, ich hab Mad-Gate. Aim up, aim up, aim up. Oder ist der Solo? Du kannst mich backen, dann muss ich Mad-Gate. Use. Oh, vielleicht kannst du noch hier auswählen. Er hat doch noch Mads hier. Hat er der Boom? Nee. Wo ist der der Boom macht? Hat er gesielt? Oh, Mann. Hä? Oh, ey. Der hat doch hier reingebombt. Ich hab's doch gesehen. Wir fallen schon mal zu Soft-Zahlen an. Und mit was? Mit Pick-X von ihm. Der hat... Mit einer kommst du nieder. Der braucht doch 83. Hier, der Scaracher ist gut gedamaged. Muss mich mal so noch raus, dann kann ich oben stehen. Oh. Ich check grad gar nix. Was ging hier ab? Ich check auch. Ja, das war klar. Und so fanden wir unser letztes Raid-Target. Wir wollten den Wild eh abschließen. Und warum nicht die Raiden, die uns wehren, wie es sie counteten, die garnte Zeiten hochkerten und noch nicht mal Anstalten machten, einmal aus der Base zu kommen. Doch dazu wurden sie toxisch im Chat. Also schnappen wir uns unseren Boom. Und das war nicht viel. Wir hatten noch nicht mal BPs. Wir hatten einfach nur das, was wir vom Heli und von ein paar Loot-Drops hatten. Da weder ich, Phil oder Eevee Lust hatten, uns jetzt noch den Arsch aufzufarmen, machten wir es einfach. Wir gingen mit dem rüber, was wir haben. Mal gucken, was passiert. Wir sind bereit. Wir sind bereit. All right, wir gehen. Oh, ja. Ich bin dann schwer. Ungefähr, was sie machen. Okay, jetzt kommt er mit dem Platz. So. Äh, ja, jetzt wird schwierig, wir können einmal in den Viererfelder laufen. Sie sind aus, wir sind schon geklaut überlegt. Oh, er ist hier hinten drin, hier kann man noch weiter ran. Was ist das? Hat's hier gut, ja? Ich will, pass im Tor, in den Ruhmfall, ja, tschüss, tschüss. Warte, ich muss kurz... Oh, 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 ich muss kurz... Ich bende ihn noch einmal kurz, und dann gehe ich runter. Er kommt von außen. Er kommt Naked von außen. Guys, please, please, ich muss in die Luft. Was ist das? Guys, please, don't. Die Base ist eh leer. No, please. Hier ist die Sie. Die Mär, die haben die Spawn. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Jungs, die spawnten alles. Oder sie transferierten den Loot. Letzten Endes war uns das egal. Wir onlineten sie, auch wenn es sich wirklich eine Defense gab. Alles in allem war es ein Mega-Wipe. Und ich bedanke mich bei Phil und Evie, dass sie ihn mit mir erlebt haben. Es waren einzigartige Sachen dabei. Wir machten extrem schnellen Progress. Und das alles innerhalb von 24 Stunden. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video bis hierhin angeschaut habt. Und wir sehen uns hoffentlich bald im nächsten. Und don't forget, ich bin mittlerweile stetig auf Twitch. Also, besucht mich da auch gerne mal. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich sag danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.